Was ist denn? Jetzt kommen wir mal auf die Schenkel. Zu vorne greift jeden auf die Schenkel. Am meisten sich selber. Wollen wir sauber? Ja, ok. Bis jetzt war er ganz anständig. Schau aus. Schau aus. Der bucht eine gescheite Kamera aus. Ist ja nix, oder? Es reicht, oder? Ja. Der filmt jeder. Und schon ist mein Fesco. Ja, schau mal. Ah, ich komm mal nicht, oder? Das ist der Jüngerbieter. Ja. Habst du den Kamin zu putzen? Ne, mit ihm kannst du den Kamin zu putzen, ne? Ja. Ich hab nur drei Kamine. Von drüben. Ja. Ja. Es ist doch mal drei. Zwei. Zwei, sehr gut. Ich ne, okay. Ja, sag, das ist nix, oder? Ich treu mich sehr besser, oder? Bis zum Sommer machen. Ich treu mich sehr besser, oder? Ja. Ja, ist besser. Weil du bist nicht. Und dann machst du nicht so flizifikant. Ne. Ja. ...